Mr. McMurphy, bitte folgen Sie. Du und ich, Häuptling. Ihr macht eine Zigarettenpause, Freund, nicht so hastig. Ich mach keine Sperenzchen. Danke. Setzen Sie sich. Richten Sie sich bitte auf. Warum nicht? Aber, Junge, Sie sind vielleicht ein bisschen feucht, die Stiefel. Ihr versteht, was ich meine. Ein bisschen was durchgesickert. Nehmt eine kleine Probe davon und schickt sie rüber zu Schwester Ratchet. So, und jetzt raus mit dem Kaugummi. Kaugummi raus. Okay, es tut nicht weh. Es ist gleich vorbei. Was ist denn das? Für die Elektroden. Kleiner Stoß wird auch ihr gut tun, nicht Mr. Jackson? Machen Sie den Mund auf. Was ist das? Das hindert Sie daran, sich auf die Zunge zu beißen. Beißen Sie richtig zu. So ist gut. Beißen Sie zu. Beißen Sie richtig drauf. Sind Sie soweit? Fertig. Also, dann. ? Ich unterstütze. Vielen Dank. Musik Vielen Dank.